Eine 2,5 Zimmer Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Anzing. Das Objekt wurde 2004 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 71 m². Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 820 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017